Der G-Tec Highlight, der kompakte Staubsauger von der Welt mit einer Leistung, wie die grossen. Das Gerät ist leistungsvoll, superkompakt und dadurch auch sehr leicht. Studio, 2-Zimmer, 3-Zimmerwohnung, perfekte Lösung. Oder auch im Homeoffice für alle, die die Nase voll haben von einem schweren, umständlichen Staubsauger. Er hat alle Features, die grosse Geräte auch haben. Wie z.B. der Auswechselbar Akku. 20 Minuten Laufzeit. Ich habe die Laufzeit für vielfach mit einem zweiten oder dritten Akku. Ebenfalls fest ist ein Beutel. Für höhere hygienische Ansprüche, eine saubere Reinigung, eine hygienische Reinigung zu Hause, geht nichts über einen Beutel im Staubsauger. Der G-Tec Highlight. Ein innovatives Gerät. Superkompakt, superleicht. Für alle, die es einfach gerne haben. Power! ... ... ... ...